und die futter und futter sie halten scheiß die müssen wir mal kurz an fisch halt nicht ausmachen okay das ist schon mal gut keine kein crunchy hier sind sogar zwölf drin für die lande hier ist nichts weiter da aber auch nix ich muss noch mal hierher gucken jetzt ruhig wasser können wir uns halt immer machen das ist jetzt nicht das problem nein ich will jetzt nichts auseinandernehmen speichervorgang beef jerky eigentlich weil ich tatsächlich gerne mal beef jerky essen ich habe das noch nicht probiert weil ich habe das hier bei uns auch nicht gefunden in den usa gibt es das ja zuhauf und ich kenne trockenfleisch zum aus china aber das ist anders gemacht schmeckt auch sehr geil so und so das nehmen wir immer also die limo nehmen wir immer am besten wenn wir durst und hunger haben jetzt kann ich nicht besprechen ja ja gib mir das essen und den kaffee ich will nichts übersehen hier kann man nichts nehmen davon okay da hängt auch nix cash nützt uns hier nichts mehr jetzt können wir endlich den mülleimer durchsuchen aber es ist leer die ziehe ich gleich mal an halt hier ach so hat er automatisch angezogen sobald ein ein fach noch frei ist seht ihr das auch automatisch an und passt auf toiletwasser das brauchen wir denn in the long dark nehmen wir alles was wir kriegen können und da freuen wir uns gefälligst über toiletten wasser und wissen es zu schätzen das ist nämlich safes wasser ja den schnee den muss man erst liebevoll abkochen und das dauert ein schlafsack ich muss nicht mehr darauf warten dass ich meinen blätterhaufen entdecke wo hier sind ja wenigstens auch hatte da ist was hier sind ja wenigstens auch häuser und wir werden sicherlich auch im bett finden okay wir können noch wir können noch tragen nähefeuer machen wir jetzt noch nicht und hier ist schön warm was stöhnst du denn so wir können 30 kilo tragen wegelagerei wegelagerei hey kumpel tut mir leid dass ich dich bei dem sturm und den strom und allen so hängen lasse aber an der oberen brücke scheint heute abend das reinste chaos ausgebrochen zu sein autos sind stehen geblieben ein absolutes durcheinander und irgend so ein reicher festländer will einfach nicht aus seinem truck aussteigen glaubt wohl dass wir ein haufen banditen sind die ihn übers ohr hauen wollen kennst du ja jedenfalls gehen jason und ich dorthin um zu sehen ob wir ihn zur vernunft bringen können bevor der sturm noch schlimmer wird ich erkläre dir morgen alles vielen dank und hier ist ein bett durchsuche den verlassenen truck nach not vorreden ja aber erstmal sammeln wir hier natürlich alles ein hör auf zu stöhnen du wirst das ja wohl tragen können so ein bisschen das habe ich alles schon geöffnet das noch nicht so apokalypse erstmal ein bisschen computer spielen aber wir haben hier kein strom mehr und natürlich leider nichts die haben wir bestimmt brecheisen hier muss was cooles drin sein wer nicht okay wir essen erstmal was vor allen dingen um hier die last loszuwerden und ich persönlich mache das immer so ich sortiere das nach qualität nach ablaufdatum dann riskieren wir zwar dass wir eine vergiftung kriegen und bei dem gesundheitszustand sollten wir das eigentlich nicht machen okay solange es und scheiße geht er sich lieber das was unbedenklich ist normalerweise esse ich halt erst so die 20 prozent und so und lasse das gute übrig aber mach ich lieber diesmal nicht so der crunchy stuff da müssen wir dann immer trinken und sowas hier auch das sieht doch ganz gut aus und müde sind wir halt einfach noch nicht also sollten wir nicht schlafen gehen die lampe warte jetzt sehe ich natürlich wieder nichts ich orientiere mich mal am feuer ich gehe erstmal obwohl wir was anderes machen sollen jetzt habe ich die lampe verbraucht ich gehe erstmal lieber zu der grauen mutter ich habe einen metallschrottsplitter wenn es als messer taucht warum konnte ich den kadaver nicht auseinander nehmen aber ja dass das kann ich nicht ausrüsten so lege ich es ab also ablegen ohne es aus dem inventar zu nehmen darm parasiten ich habe es nicht gelesen also ihr habt es gehört wir versuchen den wölfen aus dem weg zu gehen gerade wisst ihr und das ist hier nicht sehr einfach die lungen hier sehr gerne nachts rum ich soll vielleicht doch einen stein ausrüsten wenigstens wo war das Haus denn? leuchtet das jetzt nicht mehr? ich gucke mal kurz hier rein so da ist zwar meistens oh notiz zum melden geheimversteck meine liebe dieser brummige idiot an der orca tankstelle den fand ich gar nicht so brummig hat die hintertür offen gelassen da habe ich mich reingeschlichen und was mitgehen lassen habe ich auch direkt vor seinen Augen dachte wir könnten es bei unserer flucht gut brauchen ich kann es kaum abwarten mit dir aus festland zu gehen damit wir endlich echt zusammen sein können wir treffen uns wie geplant morgen abend die sachen habe ich bei dem großen umgestürzten baum bei dem großen umgestürzten baum im sumpf hinter der san christopher kirche versteckt du weißt schon wo wir uns mal getroffen und die schmuggelware deines vaters getrunken haben bei der kirche hinter also hinter der kirche der sumpf ein ungestürzter baum ok hier kirche 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 sie wir gehen erstmal zu der frau wie die kirche jetzt auch anhebeln so jetzt glaube ich mal ein bisschen was ist hier eigentlich feuerholzbehälter aber nur von zwölf ach so wohl durchsuche behälter in der welt nach zusätzlichen vorräten genau und dann wollte ich dann mit den das ist die karte personen oder dinge wie die meisten dinge in der natur haben wir für angst vor feuer lagerfeuer fackeln oder signal leuchten können sie fern halten besonders wenn du sie nach ihnen wirft genau eine garantie gibt es dafür jedoch nicht am besten gehst du ihnen einfach weiträumig aus dem weg vergiss nicht blut und rohs fleisch locken sie an okay so kann ich ihr was geben andere ausweg fest etwas dachte ich wollte ihr helfen hey ach so space war verlassen sorry was really happened here seems like people were here recently where did they go why didn't they call for help or just drive out the power went out who knows the reason people started to get cold hungry they panicked started to talk crazy others walked here from the highway some belonged here others were outsiders like you did anyone see a woman brown hair would have had a tan jacket scarf with birds on it possibly injured there was an outside a woman i heard her pass through she wasn't alone there were angry voices and but the storm was too much shit i lost the voices and i couldn't get them back der sturm hat's übertönt dann waren das doch die bösen männer huh before you mentioned hearing voices do you remember what you heard memories are great missy i'm trying to remember it was windy the blizzard was already waking up but i heard yelling the scream was it a woman's voice i'm not sure the voices were thin far blizzard was waking up soon there was only wind and darkness i don't know i don't remember it's all cloudy okay hm hmm das frage ich noch ich dachte eigentlich könne dir er tatsächlich etwas zu essen geben eigentlich hm ok well any idea how i can get out of this town i need to find help the old quake closed down most of the roads in and out of town that was years ago Ich kann ja offensichtlich immer wieder mit ihr reden. Der brennt für immer. Oh, die hat's gut. Das geht bei uns nicht. Hier ist ein Buch. Das können wir aber nicht nehmen. Achso, sie hat ja hier nichts mehr. Okay. Wir brauchen der offensichtlich nichts abgeben. Ich würde gleich mal... Wir müssen nicht schlafen, ne? Ich würde gleich mal mein Zeug ablegen. Obwohl, ein bisschen schlafen könnte man schon. Und legen dann unser Zeug ab. Und machen uns da drauf auf, die anderen Aufgaben zu erfüllen. So und so. Machen wir einfach mal ein Streichholz an. Weil die findet man in der Regel sehr oft. Muss ich mein Lampenöl nicht dafür verbrauchen. Oh! Da haben sie ja doch noch was übrig gelassen. Aber das nicht. Kein Problem. Wir müssen nur warten. Man findet ja doch noch was her. Toilettenwasser nehmen wir gleich wieder. Alles nehmen. Die Frau braucht offensichtlich nichts mehr. Wie böse. So und dann hauen wir uns einfach mal frecherweise in ihr Bett. Okay. Wir können gar nichts rausnehmen. So. Hm. Wann könnte die Sonne aufgehen? Vielleicht so ungefähr vier Stunden. Dann machen wir mal drei. Das meinte ich auch im Prolog. Dass man das ein bisschen kontrollieren kann. Hm. Hm. Sonne ist noch nicht aufgegangen. Komm, eine Stunde noch. Hm. 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 Hm.